willkommen lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten ja ich bin unsichtbar das liegt einfach mal wieder daran wärme hitze und dann die ganzen vielen scheinwerfer hier das muss ich nicht unbedingt haben aber sei es drum ihr habt im titel gesehen niederlage trotz sieg was ist eigentlich auf sich hat da komme ich im laufe des des videos zu und endlich auch mal wieder ein video denn ich war unheimlich faul in meiner urlaubswoche habe so gut wie gar nicht ich habe nicht gestreamt am wochenende und habe auch überhaupt nicht die muße gehabt mal so ein bisschen was aufzunehmen hier oben denn ich habe diese die räumlichkeit nicht so ein bisschen gemieden ich war also ich habe einfach urlaub gemacht urlaub vom urlaub mein großer urlaub kommt erst noch aber wir gehen einfach mal rein in den letzten clankrieg denn der ist in jedem fall gewonnen 51 46 also doch recht deutlich vor allem noch zum ende hin und sah auch wirklich sehr gut aus oder ist es sah den ganzen krieg er sehr sehr gut aus und wir haben ganz ganz brav von unten nach oben alles zugemacht ich glaube wir hatten nur einen einzigen neuner hier unten also der gegner hatte nur ein rathaus neun ich gucke mal der ober der hat das hier mit so einer ganz komischen kombi gemacht also ich muss sagen habe ich die noch länger noch länger nicht mehr gesehen und habe ich sie habe ich sie so noch nicht gesehen naja sei es drum einfach mal mit dem queen walk beziehungsweise queen charge heiler gesetzt ein pecker da oder ein pecker oben ein pecker unten um hier den funnel herzustellen und die mauerbrecher gehen richtig schön schön durch denn die magiertür reichen nicht ganz bis an die mauer dran und dann geht das hier mit geballter kraft in die base rein die qui droht jetzt so ein bisschen nach außen abzudringen aber die macht jetzt erst die gegnerische queen die ist jetzt weg und jetzt rennt doch noch die queen rein hatte sie vorsichtshalber gezündet bevor sie verliert auch schon nettes pärchen 30 8 ist das 8 an die 26 also auch schon ziemlich hohe helden 4 level noch für den ober hier dann ist er auch mit den helden durch und ich denke mal er wird dann auch auf rathaus 10 gehen weil ich glaube nicht dass er noch ein bisschen oder noch länger mit dem mit dem neuner hier spielt uns fehlen ja auch so ein bisschen die rathaus 10 accounts wir sind mal wieder gesunken alter da also die base ist schon schicken die tesla farm da unten mit den mit dem bomben davor das ist was ich aber ihr seht das hält nicht wirklich und die ganze die ganzen truppen werden immer immer wieder durchgehalten die heiler switchen immer schön jetzt hier oben man kann das eigentlich ganz gut sehen wieder auf die pecker dame geswitcht und die bowler dahinter machen dann den rest auch da auch noch mal eine riesen bombe okay da hat es aber auch nur die da hat es eigentlich kaum jemand zerrissen die pecker dame sowieso nicht die wird jetzt nämlich auf 100 prozent wieder wieder geheilt und wenn die dann in heilung ist dann geht es auf die bowler wieder raus da kann man das jetzt konnte man das gerade schön sehen wie die heiler geschwenkt haben denn die pecker dame ist voll und die die noch ein bisschen schaden haben werden jetzt hochgehalten dass es in dem fall ist das ein bowler okay das ist auch mal sehr unglücklich wenn wenn nur ein bowler in heilung ist der weiß es auch noch gar nicht wo es wo es denn lang gehen soll wollte jetzt erst außenrum hat dann festgestellt ohne innen ist innen schöner da sind die mauern ja schon auf und ich hätte fast gesagt zum finale kommt er leider ein bisschen spät der schafft er noch ein stein er schafft doch doch da wollen sie noch mal durch die mauer durch aber ich glaube die bounces erreichen jetzt auch nicht mehr den turm pecker dame voraus und dann sind das hier 100 prozent cool gemacht auf die rathaus 9 base hier und ich glaube ab danach kam schon kam schon zehn aber ist es ja da haben schon zehn aber ist es so wie diese hier mit der kombi die ich nach wie vor übe und immer wenn ich sie dann schaffe dann denke ich mal ja super gemacht aber es geht auch es geht auch mal daneben das komische ist mit dem account hier vom alex da kriegt das immer relativ gut hin mit dem account von basti der exakt genauso ist ihr seht das hier ich habe die queen auf 40 bei mann rathaus 10 an was natürlich sehr sehr nice ist und da gelingt mir das aber nicht ist ganz komisch aber die ich denke ich sage immer die base muss auch passen und hier mit zwei multi infernus in der mitte kannst du natürlich hier ein queen charge vorweg bringen ohne mauerbrecher hier rein einfach mit dem mit dem sprung viel weiter brauchte ich oder wollte ich gar gar nicht kommen und ihr seht das hier warum ich diese truppe mal wieder benutzt habe weil die luftabwehren hier wirklich in der mitte der base sind die erste luftabwehr ist jetzt schon mal weg ich habe ja noch ein slammer im gepäck und ein paar loons und noch mehr baby drachen erstmal die klar bock eliminieren und die queen kriegt zwar kriegt zwar netten beschuss aber das einzige was ein bisschen nervt ist dass die feger immer meine heiler so ein bisschen weg drängen war aber dann an der stelle auch nicht ganz so schlimm die sind ja immer wieder auf der queen drauf und es fallen jetzt mal gerade so zwei defensive gebäude auf die queen so drei stück kann sie eigentlich ab und jetzt geht es hier weiter mit dem slammer und ein paar loons hier rein den allzauber habe ich mir noch ein bisschen aufgehoben und auch den wutzauber denn manchmal weiß ich nicht nehme ich den wut dann eher für die queen noch mal um die noch mal richtig in rage zu bringen bzw die heiler oder spare ich mir das lieber auf die loons das ist immer unterschiedlich so unterschiedlich je nachdem wie die queen so läuft ist immer noch zündbar das seht ihr jetzt am rathaus das fällt jetzt auch gleich und dann habe ich es doch vorgezogen hier das ganze am slammer zu nutzen ich habe nämlich hier den den slammer aufgemacht das habt ihr glaube ich gerade gesehen der war noch nicht der war noch nicht kaputt aber da ich wusste die fliegen jetzt sowieso in die richtung und das möglichst schnell habe ich gedacht nimmt nimmst du massen auf kann man ja auch machen man muss ja nicht unbedingt kaputt fliegen lassen und multi inferno jetzt schon mal weg jetzt haben wir auch nur noch ein tesla und eine luftabwehr aber noch reichlich tropfen reichlich truppen hier in der base ob ich habe mich gerade verschluckelt reichlich truppen in der base und drei sterne hier vom alex auf die base hier ich glaube ich altes design naja aber warum haben wir eigentlich eine liederlage trotz eines sieges eingefahren ich gucke mal der baba king hier ob das ein dip ist an ihr das ist auch zehn auf zehn mit hawkradern warum haben wir eigentlich was verloren es gab hier irgendwo mal wieder so leichte spannung im clan ich habe das an den tagen wirklich sehr sehr wenig mitverfolgt denn ich bin dann an anderen projekten im moment beteiligt und deswegen habe ich mich so ein bisschen mehr den hingegeben ich habe natürlich meine angriffe gemacht aber ich habe so ein bisschen das klaren geschehen nicht mehr so verfolgt und irgendwo gab es hier wohl stress dass jemanden der base noch mal angegriffen hat obwohl da schon zwei gute sterne drauf waren nämlich im oberen bereich und und nicht noch im unteren bereich dann die sterne rausgeholt hat ich glaube es waren zwölf auf zwölf der hätte dann locker ein 11er machen können oder noch mal 10er dreiern am ende und ja ich weiß nicht warum was warum er das gemacht hat ob das jetzt versehen war dass er nicht gesehen hat dass er schon zwei sterne drauf waren oder ob er sich gesagt hat naja da sind jetzt nur zwei drauf ich schaffe da drei drauf kann ja auch sein dass das man so denkt nichtsdestotrotz ist eigentlich die niederlage hier in diesem klaren krieg dass ich die beiden zwölfer verloren haben die haben sich so so geblieft hier dass die beiden dann gesagt haben so nach dem klaren krieg gehe ich erstmal brauchte ich auch gar nicht nachhelfen sie sind dann tatsächlich gegangen ich glaube ein habe ich dann doch gekickt weil er dann doch nicht nach dem klaren krieg gegangen ist dann helfe ich natürlich gerne nach dann sollte man auch schon das machen was man dann androht und ankündigt aber sei es drum zwei leute verloren hier ausgerechnet zwei rat aus zwölfer und das jetzt so gut eine gute woche vor der nächsten liga ist natürlich sehr sehr schade also haben wir hier in jedem fall sowieso wieder ein bisschen platz wir sind glaube ich auf 34 mittlerweile wieder runter gesunken und deswegen habe ich auch zur liga glaube ich wieder so ein zwei zehner plätze oder oben zwölfer plätze oder gar elfer wir kämpfen ja in einer liga wo was eigentlich wieder entweder schaffen wir wieder ein aufstieg damit wir wieder ein abstieg schaffen oder aber wir sagen uns wir halten uns in der liga weil das ist genau exakt die richtige liga die wo man gerade noch so mit rat aus 9 spielen kann ich glaube es ist kristall 1 was was wir spielen und da geht das noch gerade so am ende konnte jeder von uns noch mal ein bisschen dippen und dann sind wir dem gegner doch noch mal so ein bisschen davon gerannt muss ich sagen es sah erst gar nicht so so deutlich danach aus aber auch der gegner hat gepatzt und hat dann auch nicht mehr alle angriffe gemacht ist natürlich auch immer ein kleiner kleiner segen wenn du siehst na ja die greifen nicht mehr an basis abgefahren das sieht man ja nicht mehr aber wenn die minu sammler rappelvoll sind und derjenige oder dann der gegner gar keine truppen auf dem feld hat dann hoffst du natürlich dass er nicht mehr angreift der maxi 11 auf 11 ist das hier oben mit was hat er eigentlich dabei a elektro daran okay hier wird jetzt erst mal so ein bisschen ich weiß gar nicht ob es ein funnel war oder oder was ist eigentlich war aber hier unten natürlich hat verteidigt das rathaus und adler geht jetzt auf mit elektro drachen und nun hier geht das weiter die nuns denken schön die elektro drachen also denkt daran dass er vielleicht immer immer nun vor den elektro drachen schickt denn die saugen die die luftminen auf und nicht die elektro drachen die sollen ja eigentlich nach wie soll ich sagen heile bleiben hier ist jetzt noch der drachen in der mitte das natürlich äußerst ärgerlich aber der eine schafft er das ja das müssen müsste eigentlich packen und auch hier war glaube ich das ärgerliche immer wieder die fähiger also gerade wie die kleinste defensive einheit hat hier oder verhindert eigentlich immer schöne angriffe aber hier in der mitte ist jetzt auch kaum noch beschuss da gibt es jetzt noch ein paar luftfallen ein pass kelly's da hat sich der worten an das waren jetzt eben die schüsse glaube ich von denen von den drachen und jetzt haben wir noch ein ja okay wir haben jetzt noch drei gebäude aber ich denke mal der da noch eine luftfalle okay alles ums rathaus um gehabt man 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 schön noch mal am ende gefriest ich denke mal auch nicht zu früh oder zu spät oder das single entfernen oder er kann denn natürlich jeden jeden drachen noch mal weg braten aber da hat er auch gerade mal so den den schwächsten noch erwischt und dann brauchen die jetzt nur mit dem bogenschützen tour machen okay die die falle ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm aber mit dem überschlagen der blitze hier von den gebäuden hier die jetzt doch recht dicht aneinander standen wurden das hier ein zwei ja da leben ja noch drei drachen die sind jetzt zwar sehr sehr träge und sehr langsam aber die packen das hier ganz locker also sieben auf sieben elf auf elf vom maxi mit elektro drachen und ja wie nennt man das immer sui helden also er hat die helden unten dann erst sterben lassen und ist dann mit dem rest der meute mit seinem mit seinem haupt squat hier reingekommen das waren in dem fall die elektro drachen so und so ist immer eine doofe floskel irgendwo ist das hier oben gewesen zwischen nevada und und janik glaube ich gab sie den beef was gar nicht der janik hat hier da hat da hatte angegriffen aber die angriffe hier oben waren glaube ich ein bisschen waren läuft ein bisschen spannender zwölf auf zwölf wie eins auf eins und der nevada das witzige ist der nevada ist hat danach beim kleinen spätzen mit so es angefragt fand ich natürlich sehr sehr witzig aber da ich habe dann immer so ein ungutes gefühl weil ich natürlich nun weiß was da vorgefallen war und so nach dem motto dann versuche ich es halt hier also es ist aus meiner sicht schon ein bisschen schade dass wir durch so eine unsinnigkeit wo ich mal nicht daran beteiligt war das ist eigentlich das witzige ich bin mal nicht derjenige gewesen der hier ausrastet zwei zwölfer verloren haben und wir jetzt eigentlich im oberen bereich wieder so ein kleines bisschen geschwächt sind mit drei zwölfern glaube ich wir hatten dann fünf stück sage ich ganz gut aus und auch die kriege waren eigentlich jetzt ganz ganz nett von den letzten sieben haben nur einen verloren oder von letzten acht das ist eine sehr sehr gute ausbeute hier und ihr seht dass auch hier erst die loons dann die elektro drachen hinterher und den slammer hier mit rein in die meute den slammer kann man natürlich noch ein bisschen geschickter werfen denn der wird jetzt nach außen so ein bisschen gedrängt durch die defensiven gebäude aber ist nicht so schlimm zwei sterne sind hier oben auch im klankrieg erstmal das ziel denn in den wenigsten fällen zumindest bei uns fallen hier in den zwölfer bereichen drei sterne die fallen auch schon mal aber das ist jetzt nicht die regel dass unsere zwölfer hier unbedingt jede jede zwölfer bis drei an deswegen erst mal gute zwei vorgelegt und dann kann man immer noch mit dem anderen zwölfer nachlegen das hat er auch komplett erst mal in der base mit den drachen gemacht und außen jetzt noch die prozente mit den mit den helden ist vielleicht auch ein gutes training jetzt für die anstehende liga dass man das so macht dass man erst mal zwei sterne mit prozenten holt und dann die restlichen prozent die außen holt das sind ja noch ganz schön viele das seht ihr wie noch mal jetzt da in der in der bombe und unten ist der king eigentlich gut gegangen der hat fast die ganze flanke noch gemacht queen holt sich auch noch ein bisschen was 80 prozent und dann ist das aber glaube ich gewesen für die queen oder nein 82 prozent okay da war es jetzt ein bisschen zu viel am beschuss also wie gesagt sehr sehr schade und ich glaube ich hatte das hier noch mal nach gefasst hier die kriegsereignisse ich muss mal gucken ja der janik also der nevada hatte hier schon zwei sterne auf die base gemacht und der janik wollte irgendwie nach nach den dritten stern irgendwie holen oder so irgendwas war da keine ahnung also wirklich schade zwei höhere verloren deswegen niederlage trotz sie ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen bleibt auf jeden fall am kanal dran denn morgen also ich werde das heute schon machen gibt es einen live stream etwas eher ab halb neun auf youtube und auf twitch tv wir werden nämlich aus dem aktuellen beach party turnier eine oder ja im ganzen ck eigentlich sehen ich freue mich unheimlich darauf denn ich habe so was auch noch nie in der form mit gemacht wirklich mal zwei stunden power ck und wir sehen einiges an rathausstufen 10 11 12 und auch vor allen dingen zwei mannschaften die glaube ich im deutschsprachigen raum richtig richtig gut sind also bleibt in jedem fall dran ich hoffe wir sehen uns trotz des schönen wetters und und der ferien im moment sind ja urlaub und ferien das merkt man auch überall also egal auf auf youtube oder auf den straßen oder wo auch sonst du merkst es einfach dass weniger leute da sind das auch nicht so schlimm ich hoffe ihr kommt trotzdem zahlreich zu mir in den stream rein ich würde sagen bis morgen abend euer toto clasht